aber noch geschafft ist noch geschafft ja dann kannst du dich den anderen schließen gorgel und ronke reißt du nicht ganz aber du kannst auf aufschließen neben gorgel mogel die mit ihrem scheitwagen bisschen länger braucht das wird lustig das wird lustig wie macht ihr das nur so ein höllenritt ja macht spaß ich sehe mich mit nach einem pferd eine baronie für ein pferd ja was auch immer das ist also nicht das pferd sondern parodie egal wir gehen jetzt ja nach nord die hälfte haben wir schon geschafft habe ich doch kenne ich eigentlich irgendwelche fiesen abkürzungen orientierungsprobe nur meine orientierungsprobe er hilft da waldkundig dann habe ich noch waldkundig dazu das sind wie viel drei punkte ja ja dann sind das neun ja dann findest du tatsächlich die kleine abkürzung natürlich hoch und runter das ist dann in drei dimensionen kann man da natürlich ein bisschen anders denken und du bist natürlich nicht ganz sicher wer jetzt von den dreien reitet der schlaue der starke oder der lustige aber du hoffst einfach dass du sie eben mit dieser abkürzung umgehen kannst und gorgel mogel kennt diese abkürzung natürlich auch kurz hinter dir und kann dann euch auch folgen ja und so geht es dann die nächsten paar meilen durchs unterholz ronka du kommst unglaubliche rückenschmerzen für trafik gilt das natürlich auch elkwind bleibt zurück und kann dann prajo beim segnen zu sehen und hofft einfach dass das wohl funktioniert denn 300 krieger stehen auf dem spiel ich würde an den eingang zu dem tal hier gehen wo sie auch zurückkommen müssen ja und mich da in stellung bringen dass ich gegebenenfalls noch das schwein verschrecken kann oder vielleicht auch eine unsichtbare mauer an einer ungünstigen stelle positionieren ich möchte gerne meinen streitwagen stoppen an einer bewaldeten stelle und in den wald hinein laufen ich suche pflanzen die besonders gut duften für schweine nasen ich möchte die schweine ablenken möchtest du eine pflanzenkunde probe würfeln mach mal wenn ihr hier nämlich die tipps mir raussucht und ihr das benutzt dann benutze ich es nämlich nicht für die anderen vielleicht habt ihr noch einen tipp auf lager immerhin das prei und wo nicht da das konnte ist acht stück und waldkundig auch ja waldkundig habe ich auch dann findest du ein paar schmackhafte röhrlinge und vielleicht sogar den einen oder anderen trüffel hervorragend ich habe noch etwas vor damit und zwar habe ich mir natürlich etwas von dem gast geschenk schnapps abgezweigt und den möchte ich jetzt mit den pilzen vermischen ja machst du einen kleinen alchemischen topf so ein bisschen die die pilze zerdrücken und dann alles miteinander vermengen oh ja das mache ich genau das mache ich alles klar im prinzip ein stinktopf aber ein lecker für schweine nasen ja ein gut trafik und du folgst den anderen oder willst du gorgel mogeln unterstützen ja ich weiß ja nicht ob ich überhaupt die anderen noch sehr ja das ist so 20 meter im unterholz hinter den und rufs aber sie hören ich nicht weil das schweine so laut ja dann würde ich tatsächlich folgen wollen und vielleicht ja kann ich irgendwie den gegnerischen reiter ablenken oder so zumindest wenn er auf dem rückweg ist ja gibt mir mal eine sinneschärfe probe weit konnte ich zählt sicht oder was mir ich überlege gerade ist das sicht weil ich habe herausragender sinn sicht gefahren instinkt würde sonst zählen habe ich auch dann würfel du lieber auf gefahren instinkt wirklich auch sind schärf ist auch schwierig es ist es ist wirklich gefahren instinkt trafik und nicht nur so aufmerksamkeit ja das stimmt ja das habe ich okay dann trafik und würfel noch mal eine reiten probe plus 3 zu plus 3 oder zusätzlich noch mal die plus 7 von schwein und während du ihnen hinterher rufst gorgel ronga bleibt stehen dann bleiben sie plötzlich stehen von einem von einer intuition gepackt du holst auf reit ist und reit ist und sie ist dann wie du an ihn vorbeiziehst und plötzlich siehst du wie dein schwein stolpert und über ein seil stürzt was dort irgendwie zwischen zwei bäumen gespannt wurde kann ich auch steigen rechtzeitig selbst körperbärschungsprobe über bärschung plus plus sie dann bekommst du zwei wie sechs plus vier jahre schaden von einem reit hier ich sag mal 26 plus zwei weil es kein pferd ist sondern ein reitschwein trotz der geschwindigkeiten aber muss das ist halt auch nicht so schlimm zum glück und vorsagen auf der fünf trefferpunkte landest du auf dem allerwertesten und kannst sehen wie dann die anderen an dem seil wieder vorbei reiten und dich im gebüsch zurücklassen gepasst auf die falle nach ein matschloch ja frage machst du ein matschloch ja ich würde mir das mal aufrappeln staub abklopfen ein bisschen irritiert umschauen ich kann natürlich auch nicht dazu irgendwie meine rüstung auszuziehen oder so in der hektik ja wenn ich dann wenn das getrappelt dann ruhiger wird dann würde ich tatsächlich versuchen man schloch zu machen hoffentlich kommen die hier wieder vorbei ja eine gute idee damit streicht das auch von deren liste der der hinterhältigkeiten und der fiesigkeiten und ihr könnt die nächsten paar meilen in richtung des bockwundsees reiten vor euch könnt ihr nicht sehen hinter euch könnt ihr nicht sehen aber wenn ihr dann hier die markierung erreicht könnt ihr wohl erkennen wie wir hier stehen hier stehen auch mehrere goblins herum das ufer des sees ist unglaublich neblig und unheimlich gruselig das wasser ist so ein bisschen rot schwarzer stein oder schwarzer baum der in der mitte klappt also irgendwas muss hiervon von so kann man wohl heilig seine könnte eine weitere schamanen erkennen zumindest grogge kann das eben zu weisen nachdem wir dann hier kurz einmal angehalten habt und wenn ihr dann umgedreht seit und zurück zum zu den mistelwäldern wieder aufgebrochen seid dann könnt ihr euch entgegen kommt ungefähr zehn minuten versatz sehen wie zwei andere goblins auf ihren schwein euch entgegen kommen die waren wohl noch nicht am bockwundsee und dabei handelt es sich dann eben um die beiden fallen steller gorg und vor ich muss also noch morgen liegen wir müssen weiter so oft dass sie keine schlechte keine bösen ideen haben wenn man gewinnt dann sag ich sie soll dir eine flasche schnappes machen da auch schneller du schwein gibt noch mal eine reitenprobe und während ihr versucht weiter die die schweine anzutreiben das wettbrennen zu gewinnen da kann nach einer gewissen zeit trafiker wieder erkennen wie einer der goblins vor ihm auftaucht und in der schweine so kleben bleibt das schwein zumindest bleibt stehen er kann sich wohl noch festhalten damit davon vom rücken selber nicht runter fliegt aber das schwein beginnt jetzt sich trotz des reiters in dieser sule weiter zu reiben und zu zu suchen die ist ein schwein neben tut war natürlich nicht meine absicht doppel 1 der lustige würfel einer abrichten probe lächelt die nur zu putzt die einmal ins gesicht und mit der abrichten probe schafft er es dann sein schwein auch direkt wieder aus der sule rauszubringen ohne dass er wirklich viel zeit verloren hat das war ja das hat sich ja genug tja eines barons würdig ob das 300 krieger wert sind also kopf schüttelnd und irgendwie entschuldigungen moment würde ich vielleicht musste die schweine gruppe die schlammgrube einfach größer sein würde ich die vergrößern wollen und vielleicht ich weiß nicht wie verletzt mein wildschwein ist ob das überhaupt noch da ist ja doch dass das ist also nicht nicht wirklich verletzt das kann auch wieder weiterlaufen wenn du willst kann ich das irgendwie dazu bringen damit zu graben abrichten probe beziehungsweise erleichtert um drei als das vielleicht für die nächsten beiden dort vergrößert ob ich denn was ist wenn ich das nicht habe dann ja habe ich tierkunde erschwert um zehn nur noch mal eine tierkunde probe also plus sieben oder du willst ableiten auf dem attribut wenn das nicht geht aber das ist dann richtig teuer kann man den schicksals punkt ein werfe einlösen um andere eine probe neu würfeln zu lassen soll ich ja du hast eine reitenprobe nicht geschafft du benutzt dein glück ja ja genau genau dann würfelst du die 17 neue und hast dann ein städtchen übrig das ist nicht gut nach einer viertelstunde trafiger und versucht gerade noch mit dem fuß so ein bisschen das loch größer zu schaben nach einer viertelstunde kann zu erkennen wie groggel und runger an der füder vorbeikommen sie haben wohl auch irgendwann mal das ende das ist erreicht hier passt auf geht um die die pfütze rum was ja ich würde ich würde drumherum reiten und runger zeigen dass er mir folgen soll ich folge groggel morgen sowieso die ganze zeit und er probiert wenigstens denn der grömer ich mein grund wird natürlich merken dass er schneller als als ich als ungeübter reiter habe keine angst ich folge euch war ja schon hier er wäre ich eigentlich ohne runger an den fersen deutlich schneller bestimmt fünf minuten schneller ja es verdammt schnell mittlerweile kennt er dann ja auch den weg also den weg zurück das sollte er hoffentlich finden runger komm du alleine weiter ich halte ihn auf ja ich würde dann mal die neuen probe born fersengeld geben ja spezialisierung schweinereiter zählt und die plus habe ich so nicht weil du ist ein haustier ist zwei kommen noch drauf verdammt ist nicht gut ja und zwar aber zwei punkte kommen noch drauf durch die spezialisierung auf schweinereiter ja du rufst du noch zu ich war war warte nicht auf mich oder sowas und reitest und nun ja auch ist halt trotzdem noch mal neben die ja derweil einige meter weiter im süden von hier goggel moggel hat ihre pilz schnappssuppe fertig gemacht alles zerstampft und verteilt und machst du es zu einer pfütze oder wie machst du das genau also ich werde dann erstmal so so ein bisschen tröpfeln auf den weg damit das schwein die fährte aufnimmt und wenn es dann nach so ein paar metern richtig hungrig geworden ist da ist dann der große fladen von der pilz schnappssuppe alles gleich immer nach chemie probe kochen tränke kochen tränke als ableitung du hast ja auch die die spezialisierung dass du sowas sowas ohne ableitung nutzen darfst du als ich doch schon besser aus der neun sternchen dann würde ich gerade nur eine abrichten probe plus neun ist die spezialisierung da schon drin sollte eigentlich drin geblieben hat er aber gerade nicht gemacht oder reicht aber also kann es auf alle fälle sehen die fährte wurde wohl aufgenommen und plötzlich steht vor dir das schwein von dem lustigen und der versuch gerade sein und schwein nehmen von den pilzen wegzuziehen aber morgen kriegt das wohl nicht hin und versucht so ein bisschen in den ohren zu ziehen und macht irgendwelche witze damit damit das schwein weiter reitet aber es ist wohl erstmal in den pilzen orientiert ist auf alle fälle fünf minuten gewonnen eine weitere reiten probe von den beiden ronga und von rongel da kommen wieder zwei drauf 10 10 und ronga kämpft weiterhin irgendwo soll es wohl auch leute geben die auf straußen versuchen zu reiten aber das ist eine ganz andere geschichte und hat damit gar nichts zu tun gorgel kann sich deutlich absetzen von ronga und fünf minuten gut machen dann älken du kannst erkennen wie ja gut dass das schwein von morg hat dann auf alle fälle dann dieses pilzer deutlich verspreist ging ziemlich schnell möchte noch was anderes machen ja ich möchte mit ronner auf meinem streitwagen auf die zugeprescht gekommen also nachdem das reitschwein von morg alles aufgefressen hat und dem richtig laut ins ohr schreien ich tröte ihm sogar ins ohr was ist was ist das für kriegskunst das ist eine kriegskunstprobe ich weiß es nicht ich kann musizieren singen machen wir musizieren ja überreden einschüchtern okay es ist ja es ist schrecklich und das ist laut ich weiß gar nicht was ich dagegen würfel ich hoffe einfach mal das 17 drin ich schenke dir noch mal zwei minuten und er ist deutlich irritiert kann aber seinen weg neben dir fortsetzen und versucht auch die finanzgesicht zu füllen abzudrängen mit dem hoffentlich bald besoffenen schwein ja schauen wir mal was das schwein so macht das schwein würfelt auf zechen und schafft es also sowohl die pilze als auch den alkohol das schwein steckt das weg das hat einfach so viel so viel masser dass das nichts macht also das war die die zechenprobe vom schwein gut dann erreicht ihr irgendwann wieder die höhle und könnte erkennen dass er dort steht sich zuerst das schwein von den streitwagen von gorgel mogel und daneben laut trötend angekündigt das schwein von dem lustigen org dann gucke ich mal wie der weg so verläuft und würde mir eine engstelle suchen und auf der seite von dem schwein von org eine arcane wand errichten keine verletzten und keine schweren verletzungen das hieß es nicht es hießen nur keine toten vielleicht mache ich aus der arcanen wand einfach eine arcanen rampe in der hoffnung dass das wie ich einfach nur einen riesen satz das ist das ist auch eine gute idee du kannst den fortifix ja auch kippen ja ich mache eine arcanen rampe draus da schlittert es dann wenigstens drüber und dann rennt er irgendwie den berg hoch an der an der höhlenmauer vorbei oder sowas ja ich probiere ist einfach was riesenglücksspiel er war gelegt gelingt und zwar plus minus null aber du brauchst doch keine sternchen findet fortifix das ist ja keine punkte die da irgendwie angeben willst alles egal er hält jetzt halt nur zehn kampfrunden ja dann würde ich gerade mal ein aber glauben von dem lustigen neuen doch er fängt an zu fliegen und überlegt ob er stehen bleibt er bleibt ja er bremst sein schwein ab und bleibt wohl direkt auf dem auf der letzten kante von dem fortifix stehen und er fängt erst mal an zu rufen dass er jetzt fliegen kann es war kompliziert du verstehst sie nicht aber goggelmogelwürfel doch mal auf aber glaube dass auch dann wird sich die mit dem moment der nicht zeit habe und ging ihm quasi noch zu und wenn ich schweine fliegen können mit einem band balladin noch weiter zu all trittieren okay also er ist auf alle fälle unglaublich von sich überzeugt und redet von fliegenden schweinen sieben punkte vertrauter sehr guter freund ja abzüglich der magien resistenz ich weiß nicht goblins mr3 oder sowas noch bei also ich habe mit zwei jahren mehr okay dann nehmen wir die für dich für für ihn auch anderen bleiben doch fünf übrig es ist ein freund wohlgesonnen und zuvorkommend ja er liegt dir zu liegt dazu liegt die zu ist total begeistert und will das so will dass du hochkommst erreiche die hand damit du eben mit wie mit ihm fliegen kannst und gelegt und 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 blöck da irgendwas auf kombiniert schon kommen dann geguckt mit offenem und zu dann zücke ich noch werde ich dann da hochklettert mit zu ihm eine flasche meines schnappses macht den auf und fang an mit ihm herzhaft zu trinken wie lange hält der fort effects und die flex und 10 aktion 10 aktion 20 aktionen mal 30 die fallen einfach runter ja gut wisst ihr was ich schenke euch das ja während erst grogeln wir mal aber glaube auf die lichtung vor der höhle zu prescht und kurz danach ronka auf seinem schwein die anderen beiden hängen wohl nur noch hinter euch ihr wisst nicht genau was da passiert ist vielleicht sind die in der jaucherobe von travigor eng geblieben da könnt ihr erkennen wie der magier gemeinsam mit dem flugschwein von kogel dachte ich verkauft diese namen und morg in der luft fliegt schwebt und schnapps trinkt der trottel der tag an dem das schwein fliegen lernte wir haben es fast geschafft kogel los ihr beiden ja ich würde einfach ronka den vortritt lassen dass er zuerst in die höhle kommt und dann mit born mich einfach quer in den höhleneingang stellen und born ist groß und fett und dann kommt nichts mehr vorbei ja damit gewinnt ihr das rennen kein goblin hat kann deinen reitkünsten das wasser reichen ja unzählige kleine haare die hände die nach der greifen man ruft wieder schraker kuh schraker kuh du wirst in die höhe geworfen auch wenn sie sehr klein sind klein sind sie gar nicht sie sind einfach nur sehr langarmig und sehr langbeinig aber sie werfen sich mit ihrer mit ihrer hohen gewalt nach oben sie sind fehlt der jubel ist ohren betäubt du verstehst sie auch nicht und ja du kannst sehen wie dann wohl auch der könig beziehungsweise der anführer der goblins dann auf dich zukommt sie blieben lederkrone der häuptling denn das ist gar kein richtiger könig dann könnte ich braucht eine krone die fehlt ihm ja und so wirst du als sieger gefeiert borg morg und gorg sind abgeschlagen und ihr könnt den friedensvertrag mit sie blieben verhandelt 300 krieger die dem mittelreich zustehen beziehungsweise die das bündnis eingegangen sind mit der mit dem burg grafen von hallingen herzlichen glückwunsch ich werde mich dafür einsetzen das brat fanden in diesem vertrag auf du hast lange gebetet das kind in die sonne gehalten ja ich wurde mir noch sonnenblumen öl rausholen und ihm dass die stirn das herz und einreiben mit dem sonnenblumen und sprechende herr prajus blicke herr nieder auf dieses unschuldige kind geschenkt durch die gnade der ewigen jungen zahl schütze es durch deine gnade lasst dein licht auf es leuchten auf dass es vor dem bösen gewahrt sei und zur rechten zeit den weg zu dir und deinen göttlichen geschwistern finden und dann würde ich die liturgie wirken ich würde einfach mal die bloß vom abziehen du das ja travi go du kannst den begriff selber prägen den begriff der rampensau oder auch ich habe mich auch ziemlich eingesaut wenn ich dann wieder kommen mit schlamm überall auf dem mantel und wans im gesicht wahrscheinlich und bin dann irgendwann mal abgestiegen von 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 dem schwein weil ich doch gemerkt habe dass es ziemlich verletzt war und mir ein bisschen leid tut damit bekommt ihr die unterstützung von 250 stammeskriegern 50 wildschweinreitern und 250 jägern mit kurzbögen die sippe ist also tatsächlich gewaltig groß er hätte auch gerne noch mehr angeworben das gilt aber erst wenn er die lederkrone besitzt das ist eine andere quest die ihr euch in auftrag gibt für einen späteren zeitpunkt ihr könnt wieder aufbrechen zurück in richtung der burg hallingen und was ihr dort erlebt ist eine andere geschichte